Habt ihr euch schon mal gefragt, was passieren wird, wenn wir ein Auto auf einen Respawn-Bus draufhauen und der Respawn-Bus aktiviert wird? Und gucken wir mal, mal gucken, was passieren wird. Uh, okay, das fliegt schon relativ weit. Wir testen es jetzt mit einem Boot noch. Wir haben jetzt hier das Boot. Respawn-Bus wird gleich aktiviert und wir gucken mal, wie weit das fliegen wird. Okay, gleich weit. Wir gucken mal mit dem LKW jetzt gleich mal. So, wir haben jetzt hier einen LKW. Der müsste ja eigentlich nicht so weit fliegen wie die anderen. Das ist ja eigentlich schwerer, ne? So, wir gucken jetzt mal. Respawn-Bus ist jetzt gleich durch und LKW fliegt, 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 fliegt. Okay, wir halten fest, alle drei gleich. Wenn ihr mich unterstützen wollt, benutzt doch gerne meinen Creator-Code SEVIL.